hallo leute die täglichen herausforderungen für den ersten juni ich muss euch sagen wie es ist es sind keine täglichen herausforderungen es sind geschenke also wirklich das ist alles easy peasy das ist wirklich super leicht gegnerische nicht spieler charaktere während detail getötet ihr macht einfach jemanden zum gegner dann schaltet ihr das detail ein und tötet ihn das ganze macht ihr fünfmal super ein geschenk das erste geschenk gesetzes hüter entkommen mein gott ihr macht dass ihr gesucht werdet und dann entkommt ihr den gesetzes hüter das müsst ihr einmal machen gesichtszüge geändert dazu findet ihr natürlich den link in der playlist die schon angefertigt wurde und des weiteren haben wir heute verschiedene fische gefangen also ihr müsst einfach fünf verschiedene fische fangen das ist alles easy peasy das sind alles geschenke heute das ist wirklich leicht 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 vom pferd auf einen fahrenden zug gesprungen das ist sowas von easy peasy leicht waffen mit waffenöl gereinigt das einzige was vielleicht ein bisschen kompliziert ist ist wettkampf kräuter sammeln abgeschlossen das ist das einzige wo man sich im trupp zusammenschließen muss und dann muss man trupp gegen trupp wettkampf machen aber leute das sind alles geschenke heute das ist ja nehmt die geschenke hin wie sie sind für den ersten juni das ist ja easy peasy leicht ciao